einen wunderschönen guten morgen mein name ist die aus dem crypto kaffee ich bin neuer crypto trainer und meine spezialität ist es für euch informatives entertainment zu bringen definitiv keine finanzberater so das spannende thema über das wochenende ja ist die geschichte mit ftx das hat tatsächlich schon mitte ende letzte woche angefangen ich habe darüber auch tatsächlich auf meinem kanal im discord darüber berichtet der item cochrane das ist eines der leuten den ich auch selbst folge der schreibt sehr viele artikel die etwas besser sind als der durchschnitt sagen wir mal so ja und der hat eben mit letzte woche auch sowas gepostet ja es gibt gerüchte darum dass zwei große noch nicht mal ein sondern zwei große exchanges insolvent sein sollten oder zumindest in der in den bereich sind ja schwierigkeiten zu bekommen was die liquidität angeht und jetzt über das wochen das eben einerseits bei uns rausgekommen andererseits natürlich auch ftx selbst ja es geht um die liquidität von ftx und einige vermuten an der stelle das ist eben das problem bei der stelle dabei zentralisierten exchanges weil man eben nicht weiß ja was sie wirklich haben die haben nicht transparent die legen das nicht offen was sie wirklich haben ja und man kann nur selber die zahlen nicht zusammen basteln und einigen vermuten an der stelle des ftx eben insolvent sind und andere sagen die zahlen auch die selbst und der die caroline die natürlich er ceo dort ist und auch der sam bank manfried die sagen alle nicht das ist alles quatsch ja wir kaufen euch gerne zum aktuellen marktpreis wo der ftx token ist 23 dollar 22 dollar alles ab ihr könnt uns alles geben und das heißt selbst wenn der preis darunter fällt würden wir den euch gegen 22 dollar abkaufen das geht schon in die richtung das anfang 21 war als die damals solana gewettet haben ja da haben damals haben die auch gesagt hey ja hör auf fahrt zu machen verkauft uns solana token wenn ihr nicht wollt für drei dollar ja wir kaufen euch so viel ab wie ihr wollt ja und der kann abstürzen wie weit der will ja wir kaufen euch alles ab und danach ist natürlich solana um 100 x gemacht ja und da drauf zurück anspielen weil diesen spruch ist eben wir kaufen euch alles ab angespielt auf der solana geschichte funktioniert natürlich jetzt etwas anders als damals weil wir gerade im bärenmarkt sind und es mit den beispielen vorangehender 3 ac und wie die alle heißen die daran hängen sind die auch pleite gegangen sind die sich verspekuliert haben ist man natürlich an der stelle auch vorsichtiger also was fakt ist ja ist fakt ist dass die im balance sheet ja was die veröffentlicht haben vor einiger zeit diesen ftp token die eigenen exchange token der eigentlich aus meiner sicht auch nicht wirklich viel nutzen hat eine use case einzige use cases dass man davon auf den exchanges etwas hält ja und dadurch eben günstigeren handelsgebühren hat ja das heißt das ist aus meiner sicht ja sag ich mal für eine sehr sehr kleine gruppen der anwender nämlich die extremen großen trader von bedeutung aber für 90 prozent der normalen leute die auf der exchange unterwegs sind nicht wirklich bedeuten ich habe zwar auch nie ftp token gehalten ja und so gesehen dass der ftp token fdv als full diluted value auf dem von 8 milliarden hat das wird auch so in den büchern berechnet ja ist natürlich quatsch das heißt da der token sowieso noch nicht alles rausgegeben sondern das was wirklich aktuell auf dem markt zirkuliert ja das ich glaube zwei milliarden und drei milliarden selbst das ist aus meiner sicht viel viel zu hoch geschätzt ja aber gut wenn meme coins soweit kommen können und wenn man nur diesen fakt betrachtet ja dann ist es natürlich so dass die viel viel mehr sag ich mal sich ausgeliehen haben ja als was die an kollateral hätten ja das das problem hat bei dem ist wie gesagt erstens weiß man nicht was die wirklich im hintergrund haben sondern die caroline hat auch an der stelle gesagt die hätten noch definitiv viel mehr kollateral im bereich zehn milliarden ja irgendwo auf der seite liegen und zweitens weiß man auch an der stelle nicht ob die gegen diese anderen kollateral was die nicht öffentlich bekannt geben haben auch was dagegen geliehen haben meine meinung ist tatsächlich eher ja das ist nicht so schlimm ist wie die sagen weil das sieht man zwar auch bei diesem voyager geschichte die auch pleite gegangen ist was haben die gemacht die haben nämlich in dem bullenmarkt ja wo die eigenen token natürlich viel mehr wert waren damals noch ja haben die ihren eigenen fdt token als kollateral rausgegeben an andere partizipanten im markt ja auch undurchsichtig sind ja und haben dagegen sich andere sachen geliehen die viel viel liquider sind ja die sind nicht bei der sam bekommen selbst aus dem hintergrund wurde eben stark getradet hat und der hat entsprechend gleich mal risikomanagement gehe ich zumindest davon aus ja das heißt die haben ihren wertlosen fdt token den anderen leuten gegeben und haben sich dagegen bitcoin ausgeliehen so was passiert also realistisch gesehen wenn der token tatsächlich gegen null da ich mal im bereich ne 90 prozent von jetzt an noch mal fällt naja gut deren kollateral was sie bei anderen exchanges oder fonds oder sowas haben wogegen die sich bitcoin und ethereum geliehen haben es fällt natürlich soweit dass sie liquidiert werden aber was passiert wenn die liquidiert werden ja gut die die leute kriegen natürlich ihren bitcoin ist ja nicht zurück ja weil für die gibt es für den gibt es ja keinen grund das zurückzugeben aber die liquidieren dann die position das heißt die verkaufen die fdt es die 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 anderen verkaufen die fdt es die sie als da sicherheit zurückgelegt haben auf den markt ja kriegen aber dafür nicht wirklich viel geld zurück dafür geht der preis noch weiter runter und die dürfen an der stadt praktisch das was sie sich ausgeliehen haben das bitcoin ist ja was wirklich vom wert ist behalten ja da ist die machen sogar gewinnen wenn jetzt sage ich mal der ft token komplett crashen würde ja klar deren bücherwert an diese 8 milliarden werden bei 90 prozent verfall auch runter unter eine milliarde fallen theoretisch ja aber die könnten an der stelle eben wirklich viel gewinn machen daneben das was sie verlieren würden und ihr seht also ich kann euch auch nicht sagen ja ich habe nur sicherheitshalber auch meine position ich hatte ja noch ein bisschen stablecoin 34 irgendwie so um die 34 ist hier glaube ich wollte ich da noch einkaufen auf fdt als als bei order store bei order irgendwo so ein tausend rum gehabt die habe ich tatsächlich über das vorhin auch selber kompletter abgezogen ja das heißt ich bin was risiko angeht auf fdx komplett raus ja es schadet nie ja von den exchanges komplett wegzukommen irgendwann und das risiko gibt es eben bei jeden exchange ja dann das zweite ist natürlich was noch mal dieses ganzen ding ein bisschen gleich mal zusätzlich öl ins feuer gekippt hat war natürlich die aussage von sie sie über vorhanden ja zuerst hat er gesagt ja wir werden wir werden dem markt nicht schaden wollen vor allem auch nicht den punkt der konkurrenz ja und das eben auch diese diese wechselnde aussage ja was ein bisschen skeptisch macht er sage ja wir werden unsere position liquidieren ja was die ft togen angeht wir waren mal investoren bei denen aber wir sind mittlerweile raus und na jeder sollte einen eigenen weg gehen wir wollen die nichts böses wir werden über eine längere zeitperiode den token einfach abverkaufen ja das heißt nichts schlechtes wollen wir von denen und dann aber heute morgen gestern nacht kommen damit der aussage raus ja wir werden nicht die leute unterstützen ja die hinter dem rücken vor allem eher also praktisch hinter ihren eigenen rücken auf und beinahe gegen sie lobby macht wo drauf spielte zurück ich bin mir relativ sicher und das habe ich vor zwei drei monaten als diese deal durchgegangen sind ja weil beinahe wollten nämlich auch bei voyager sich einkaufen ja beide haben ziemlich ähnliche gebote abgegeben und das war meine vermutung tatsächlich bevor der deal durchgegangen ist habe ich dir gesagt meine vermutung ist dass ftx tatsächlich den zuschlag bekommt obwohl vielleicht beinahe sogar mehr bietet weil ftx in usa sitzt hat viel mehr connection ihr wisst ja beinahe sie muss sagen die haben auch ihren ihren standpunkt standort beinahe us dort aber ist nie groß geworden ja und ich gehe davon aus dass die eben viel lobby gegen beinahe macht ja weil beinahe weltweit schon die nummer eins mit großem abstand ist ja und deswegen auch meine vermute dass ftx dann den zuschlag tatsächlich bekommen haben für voyager und das an dieser stelle sie sie eben darauf ein spiel das kann ich mir so gut vorstellen und habe ich hier geschrieben in kurz in rapatoni spruch wir haben fertig mit ftx das ist das was sie sie noch ausgesagt hat und wird auf jeden fall eine spannende geschichte ich bin wie gesagt daraus und was die zahl angeben zahlen und lügen nicht ist natürlich dass aktuell zumindest noch kein bank run auf ftx ist ja wir sehen hier letzte wo letzten 24 stunden insgesamt ca 400 millionen raus und 15 millionen rein bei jump 15 millionen rein insgesamt netto 25 raus ja das heißt aus meiner sicht ist da aktuell noch kein bank run wenn es in richtung der milliarde ein einzigen tag geht ja dann würde ich mir vielleicht schon eher auf gelbe ampel schalten und da eher vorsicht halten lassen ja kommen wir zu den nächsten schlagzeilen übers wochenende das ist tatsächlich am samstag schon gewesen kam raus und zwar von google cloud ja die haben gepostet hey wir haben große nachrichten und daraufhin ist natürlich auch die solana der solana token extrem nach oben geschossen was dahinter steckt ist ich bin mir nicht sicher wie ich das beurteilt ja eins was gut ist auf jeden fall dass adaption stattfindet ja dass google an der stelle im gegensatz zu hetzner hetzner ist natürlich einer der größten rechenzentren europa und auch in deutschland die haben damals gesagt hey alle validatoren die auf unseren netzwerk server laufen ja die werden alle gelöscht oder verwerben verbannt weil die befürchten dass erhöhten auslastung für die hardware sonst was ist ja aber im gegensatz dazu hast du im google gesagt hey wir arbeiten jetzt mit solana zusammen ja und wir betreiben sogar selbst ein validator für solana und was wir noch planen ist nächstes jahr mit validatoren service für solana herauszukommen das heißt als normalsterbliche könnte man sich praktisch bei google sich so ein solana service anmieten und gleichzeitig für solana validation betreiben als validator ja in dem google cloud das heißt sie sind komplett pro crypto und pro solana an der stelle definitiv und zusätzlich werden die auch die datenservices bereitstellen als big data query service dass man darüber direkt auf die blockchain daten von solana zugreifen weil wenn die validatoren sowieso bei denen laufen sind die daten ja da die blockchain daten das ist auf jeden fall positiv für solana und daraufhin habe ich auch gesehen es gibt so die ein oder anderen größeren influenza auch auf youtube direkt wieder ihren keulen rausgeholt ja solana das beste ja und wir werden 30 ex machen und so weiter also man muss einfach sehen google cloud ist einfach auch ein geschäft wir haben teilgeschäft von google und die wollen einfach geld verdienen an der stelle ja und das ist kein praktisch ja wir sind altruistisch für crypto für solana sondern das ist eine kooperation zwischen dem solana wo drin die für sich selbst eine einkommensquelle zusätzlich sieht ja und abgewogen zwischen hardware kosten aufwand betriebsaufwand und sonst was und das ist in dem sinne sehe ich noch nicht mal als große einkommensquelle für solana und sonst was weil klar das erhöht die validator validatoren anzahl für solana aber das ist ja nicht so lange als große problem mit dem validatoren sondern deren größte problem ist dass sie eben keinen marktanteil gewinnen können ja diese sage ich mal anführungsstrich steigenden nutzerzahl oder transaktionszahl ja die entgegen dem markt nicht so stark rückläufig ist die läuft eben zum großteil darauf zurück dass eben viele bots da unterwegs sind ja auf solana ist sag ich mal faktisch gesehen so wenig los so ähnliche wie auf auf avalanche oder diese anderen l1 alternative das heißt die solange die eben kein richtiges geld verdienen können ja wird der token auch sag ich mal nicht wirklich viel wert haben ja und deswegen ist der token also praktisch der über das wochen hoch geschossen ist ja ich glaube um 20 prozent so jetzt auch wenn ihr mal auf die charts guckt auch komplett wieder dort gelandet wo bevor die nachrichten rausgekommen sind ja so gesehen also wieder ein pump gewesen und ja und auch so was hier ja das das macht einen nur stutzig inwiefern die ganze das ganze ökosystem nur auf pump ist für alle die schon länger dabei waren ich habe auch darüber berichtet letztes jahr nicht letztes jahr vor drei vier monaten als diese großen crash und sowas war da kam jemand heraus ich war lead developer bei drei oder vier projekten in solana und die haben die die daten ja die wussten wie zwar höhe defy lama oder anderen portalen diese total value log daten aggregieren ja wie die beziehen und der hat die programmierung xp so gemacht hat dass auf den plattformen auf diesen drei vier plattformen diese total value log um 300 400 prozent höher erschienen als sie eigentlich sind ja das eigentlich war da gar nur heiße luft darunter und da er lead developer in den drei vier projekten war das war also auch diese große schlagzeile gegen kohler solana gewesen und jetzt kommt eben ja noch ein ein teiger global ja auch ein großer wie sie um die ecke und investiert in diesen bären markt in solana man kann natürlich das so interpretieren zu sagen hey die sind super bullisch ja vor allem diese große wie sie auf solana aber andererseits ich meine das ist ja die die kriegen diese trocken als serum token radium und so weiter ja zu 15 prozent preis nachlass ja zum aktuellen marktpreis also nicht 100 ziel ja und dann zusätzlich sechs jahren lockt ab ja ich meine ich bin ja hundertprozentig alle selbst spf nicht sechs jahre in zukunft sagen kann wo solana da stehen wird ja wer weiß natürlich vor allem diese abtors sowie sei wie die alle heißen die jetzt aufpoppen die genau an dieser stelle ansetzen wo solana auch angesetzt hat er mit mit diesen ganzen entwicklung die facebook vorher schon rein gesteckt hat der ist so schwer und da jetzt so so viel rein zu investieren habe ich gesagt entweder sind die komplett inkompetent was risikomanagement angeht ja oder sie sind wahnsinnig hellerisch hellseherisch und das ist das und ich habe interessantes video tatsächlich gestern von bitboy gesehen vor ein zwei paar wochen wo der richtig durchgedreht ist in seiner sendung er ist ein unterhalter als sage ich immer der dafür als einstieg krypto ja sein content ist vielleicht ein bisschen besser geworden als früher aber der war bekannt geben gewesen auch dadurch dass der tag xpt dieser detektiv der ihn aufgedeckt hat wie er shitcoins gepumpt hat und dann praktisch bevor die leute raus konnten selber gedampft hat er auf die leute der war auch eingeladen geworden ja bei bankless das ist diese einen der größten podcast ja im bereich israel und so unterwegs aber auch in altcoins und da haben die auch interviewt und der hat sich auch sehr sehr bemüht darum zu zu reden ja dass er auch fehler gemacht hat ja und dass er eigentlich für die leute sein wollen auch was regulation angeht und dass er komplett das diesen ethos von krypto praktischer pushen will ja und gegen extreme regulation so weiter und jetzt hat er vor ein paar tagen auch gestern vorgestern video gemacht okay entschuldigung ja das ist ein komplettes entschuldigungs video ich würde mich mir selbst wenn ich zurückgehen könnte auch raten diese ganzen sachen nicht zu machen die ich gemacht habe ja nämlich diese shitcoins zu pumpen und zu dampen und natürlich auch allen anderen zu sagen hey mach das nicht ja das erinnert mich so ein bisschen an in die an die in die an die länder die extrem weit in entwickelt sind wie ja sondern auch europa ja und der usa die jetzt rauskommen sagt hey na ihr entwicklungsländer wir sind jetzt weiße geworden wir haben den fehler begangen ja mit der kohlendioxid und pipapo ja in israelisierung wir empfehlen euch ja ab sofort nur noch nachhaltige energie zu benutzen ja so in der richtung also versucht halt alles mögliche erst mit diesen durchdrehschiene dann interview und jetzt natürlich entschuldigung also ich mein klar ja der will auch sein sein audienz also seinen zuschauer behalten oder weiter steigern und daran geld verdienen das ist nichts anderes und ich meine das ist die frage meine frage verdient er eine zweite chance nachdem er natürlich millionen auf seinen zuschauer gedampft hat ja oder sagt man einmal und nie wieder weil in der krypto braucht man sowas nicht schreiben wir gerne runter und kommen wir zum nächsten wir haben frax ja darüber habe ich ein ganzes video gemacht diesen frax ist die sind jetzt mittlerweile draußen aber man muss sehen dass die der impuls aktuell noch nicht so bezuschusst sind ja das heißt die haben noch nicht ihren voting power sowohl bei convex als auch bei curve als auch ihren eigenen token die geben natürlich auch ihren eigenen frax token als pool bonus raus das heißt die pool sie da aktuell drin sind die sind nicht bezuschusst deswegen ist die rendite relativ niedrig deswegen ist auch 20 80 prozent alle frx ist gesteckt als es als staked frax ist ja und demnächst kommt dann nehme ich ein pool auf balance heraus ich denke vorerst nur auf ich sehe nämlich mit allen drei lsds liquid staking lösung von ethereum und sowas ist immer gut ja erstens natürlich für die preisstabilität der liquid staking lösung und zweitens natürlich auch um diese ganze staking geschichten voranzutreiben vor allem im hinsicht darauf dass demnächst aber mit dem nächsten patch vermutlich in sechs bis neun Monaten was rauskommt dieses unstaking ermöglicht wird wird das eben nochmal zusätzlich so eine trading möglichkeit für leute die arbitrage zwischen den drei betreiben wollen ja weil letztendlich sind das alles staking lösung für die serien das heißt also bei uns da an 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 staking ermöglicht wird sollten die alle mindestens eins zu eins wert sein mit ist ja so wir haben ja ein pando pando rings habe ich selbst tatsächlich nie gehört ist anscheinend im asiatischen bereich eher unterwegs die hatten kompletten suite ja sowohl was money market angeht auch boron lending und stablecoin dazu und die wurden über zwei hände gehackt die haben tatsächlich an der stelle nicht wirklich viel rausgeben außer die adresse vom hacker ja und haben gesagt auch nicht gesagt was wie gehackt worden sind also meine vermutung ist an der stelle tatsächlich irgendwas mit private key oder sowas verloren oder nicht kein smart contract und dass der hacker an der stadt 20 millionen geklaut hat von denen ja und die haben on chain den hacker geschrieben ja hey du darfst gern zwei millionen behalten schick uns bitte den rest zurück dann werden wir es auch nicht nachverfolgen also wir werden dich da als white hat hacker sehen bin gespannt wie das ganze ausgeht und kommen zum nächsten diese geschichte mit p network nämlich den galatoken der komplett dadurch abgestürzt ist habe ich amfang letzte woche berichtet und jetzt ist das lustige ist p network selbst und natürlich hobby ja das waren die zwei die in groß involviert waren haben alle beide eigene aussage rausgegeben und da eben an dieser stelle beide sich entgegen gesetzt sprechen da kann man an der stelle nicht wirklich sagen wer wer wirklich an der stelle schuldig ist ja p network sagt natürlich hey wir haben alle exchange bis nachrichtig da wir haben den heck gemerkt und unser erster schritt war eben mit uns mit gala abzusprechen und dann den entsprechenden absicherung für uns ja für unseren eigenen anleger nicht für die anderen sondern die in unserem pool war in diesem galapool mit bnb und die haben dann mit einem white hat hacker praktisch oder oder sich selbst beauftragt diesen pool komplett komplett leer zu räumen und dadurch natürlich den token komplett zu dampen aber vorher sehr abgesprochen mit gala ist kein problem weil wir launch einfach den neuen page galatoken da ist alles erledigt und das echte geld aber den bnb ist ja dadurch gesichert so aber hobby kommt raus ja uns habt ihr nicht bescheid gesagt ja und dann sind die leute auf unserem exchange gegangen haben bei uns die ganzen token gedammt da und dann das echte geld abgeräumt und wir sind jetzt natürlich die die backholder wir verstehen wir haben hier einen haufen praktisch wertlosen token ja und die leute haben richtigen token mitgenommen das ist das zählt für uns als ein richtiger hack also kein white hat hacker also lustige geschichte auf jeden fall und kommen zum nächsten das ist nämlich toxic order flow ja da hat jemand nehme ich diese alex hier ja da muss natürlich sehen die ist natürlich von friction das ist auch für solana und sowas zu posten geht schon in die richtung als schmutz kampagne vielleicht wenn man es weiter holt ausholt aber eben auch die eigene interesse er definitiv das heißt die hat ihren ziemlich langen artikel mit analysen und mit charts auf die unanalyptik gepostet warum juni so v3 ein verlustgeschäft ist ja und für und zwar für alle für alle die dort im geld pro weiten und zwar egal ob du kurzfristig als liquidität provider arbeitest so langfristig und ich habe da als ich das durchgelesen habe und die auch mir diese charts angeguckt da kann irgendwas nicht stimmen vor allem wenn man noch mal den kurs hat davon ist hier im dahinter legt es geht ja um mich hier im justic pool ja dann passt das auch eins zu eins auf diesen kurs na wo ich sie haben sich nach unten bewegt diese großen drawdowns also praktisch abfall der liquidität und ich habe aber nie wirklich bin ich da drauf gekommen warum das ist außer natürlich dass die den ganzen pool usdc ist ja als eine einheit sieht sowie wie ein nicht konzentrierter pool ja und das habe ich dann nämlich auch drunter gepostet und da das haben tatsächlich einigen größeren twitterer ja wie turn to adam und auch der der senpai das sind alle leute so um die 200 bis 300.000 follower aber das heißt die haben schon definitiv reichweite und dadurch dass die auch regelmäßig guten relativ guten content posten auch wie sie deswegen folge ich denen auch ja die haben das aufgeschnappt und haben auch direkt dahinter gestellt haben wir hey juni so v3 sind verlustgeschäft für alle haltet euch fern davon ja und und das finde ich sehr sehr kritisch wenn man eben selbst nicht wirklich in die sache nachforschung aus den solchen oberflächlichen fehler übersieht der oberflächliche fehler ist eben diese konzentriere liquidität die komplett weglassen worden ist und zweitens bob hat eben hier eine sehr tiefe analyse gemacht warum das eben falsch ist weil eben diese untersuchung von dieser frau alex von frictionlabs davon ausgeht dass die leute egal ob die im plus oder minus sind eben in diesen festen zeitperioden ob das fünf stunden eine fünf minuten eine stunde ein tag sieben tage dass man auch wenn man im fluss ist man seine liquidität position auflöst ja als wäre als wäre das ein unified pool der nicht konzentriert ist und komplett den verlust mitnimmt ja das heißt die leute tatsächlich an der stelle gewinn machen ja die fließen gar nicht in die chart 3 das ist ja eben bei juni sofort drei als heißt der dieser dieser kurs kann aus meinem pool rauslaufen ich bin in verlust ja aber wenn ich einfach abwarte bis der kurs wieder zurück in meinem pool läuft bin ich wieder komplett im plus ja und habe dann zusätzlich noch die fies oben drauf das wurde eben komplett nicht berücksichtigt in dem research und das habe ich dann auch entsprechend bei den leuten hervorgehoben und das war nämlich auch ihr seht von senpai da hat genau dasselbe auch zitiert und gesagt hey na das ist falsch so und ein letztes das geht in richtung twitter und das ist auch diese geschichte er bei twitter das problem weil eben alle nur darauf aus sind so schnell wie möglich den youtube nach außen zu schieben und ich bin letzte woche oder vorletzte woche darauf reingefallen auf so einen troll der natürlich auch in richtung was politisches postet darüber habe ich auch in den kommentaren entsprechend dann in dem video darüber geschrieben dass nicht korrekt war und hier ist auch ziemlich ähnlich ja es geht darum das ist ja auch ein sarkastisch da ich mal gemacht da das er macht an der stelle die leute wieder verbannt obwohl der gesagt hat er ist für free speech es geht um diese frau ja die auch eine komödiantin oder sowas in der richtung ist ja und die hat aber an der stelle keine komödie gemacht ja und das ist das was viele an der stelle als komödie ich habe das ein bisschen weiter nachgeforscht das war schwierig weil wie der account gebannt worden ist die hat geschrieben ja im namen von ilo must die hat sich nämlich genauso wie vieles kann man das machen sich selbst einen namen gegeben ja ilo must genauso geschrieben wie ilo must weil die auch zertifiziert also mit diesen blauen markierung wie bei twitter gibt da das man praktisch einen verifizierten account hat und auch gewisse reichweite hat ja haben sieht es eben so aus als hätte ilo master selbst gepostet und die hat dann geschrieben hey nach allen reichlichen überlegungen bin ich dafür ja blut zu voten wenn ihr nach diesem hashtag rot blut googelt dann findet ihr das im amerikanischen bereich bedeutet es einfach wo blut weiß ich stimme für die demokraten ihr wisst ja diese zwei parteien die demokraten die republikaner und morgens eben die zwischenwahl ja und die hat praktisch in seinen namen gesagt hey ich bin dafür die demokraten und ich bin dafür dass ihr alle für die demokraten morgen abstimmt und einiges sind dann natürlich rausgekommen okay die hat dann scherz gemacht und dass er die ihr jetzt den mund verbietet oder account sperrt ja das ist genau das was er eigentlich versprochen hat nicht zu machen oder aufzuheben dieses bannen von leuten die gegen ihn stimmen vor allem der hatte auch gesagt humor der comedy ist immer erlaubt auf twitter und daraufhin hat aber auch zusätzliche maßnahmen ergriffen hat gesagt hey diese diese kosten die bleiben fest aber wer seinen namen ändert und das finde ich eigentlich gut an der stelle weil viele machen das die benennen sich so wie große leute die bereits verifiziert sind und posten in deren namen und darauf fallen eben auch viele leute rein das heißt wer seinen namen ändert verliert seinen checkmark diesen blauen und zusätzlich wer parodiert andere leute dazu noch parodiert eben wie was die frau eben gemacht hat ohne es zu kennzeichnen dass es eine parodie ist ja der verliert auch seinen checkmark und aber es wird kein permanenter band sein sondern nur ein band ohne vorwarnung sein so wie es passiert ist und das war es eigentlich auch schon und ja gut die zinserhöhung in europa und die steigenden zinsen ich glaube darüber müssen wir noch nicht mal noch viel reden das war's auch zum wochenbeginn für euch eine wunderschöne neue woche für euch alle mein amt die aus dem körper kaffee